So und damit herzlich willkommen hier zurück bei Minecraft, diesmal online. Okay, es geht los. Okay, hier oben ist unser Bett. So, in jedem Team sind zwei Stück drin. Das ist schon mal sehr, sehr. Ich hab nicht genug. So, okay, wir verfolgen direkt mal. Und, boah krass. Direkt ein bisschen Gold klar gemacht. Okay, wir gehen direkt mal zurück. Und gehen uns erst mal ein paar vernünftige Sachen holen. So, erstmal... Das hier und Rüstung. Okay, so jetzt habe ich gerade keine Blöcke geholen. Das hier und Rüstung. So. Shit. Fuck. Okay, warte mal. Wir können uns jetzt auch einen Bogen holen eigentlich. eigentlich so voll fett voll fett auch im bogen ich glaube ich habe auch noch getroffen er hat uns mega platt gemacht direkt erstmal wieder rüstung holen so ok 3 gold muss mir noch ein paar pfeile machen so super geil ich habe ihn abgeknallt ist das geil ok diese runde könnten wir echt gewinnen jetzt diese runde könnten wir echt krass gewinnen ich brauche pfeile so so krass goldäpfel okay okay wo sind die anderen ich habe ihn auch noch erwischt das war einer von gelb richtig mies okay hier von rot sind noch fuck fuck man die haben es jetzt mega auf uns abgesehen was shit wir haben das bett verloren und ich wurde auch noch gekillt ich habe es nicht gemerkt dass er da war shit und wir waren so gut dabei wir waren so gut dabei wir hatten noch zwei spieler und waren eigentlich ganz gut ausgerüstet aber wir haben es verkackt aber es war auf jeden fall beste runde als die runde runde davor die ich eben gezockt habe naja auf jeden fall war das einfach mal eine online runde minecraft red wars und wir sehen uns vielleicht noch mal bei einer online runde vielleicht beim jump in one bis dann tschau bis dann